Earl Brooks ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein liebevoller Ehemann und Vater. Doch in ihm lauert ein dunkles Geheimnis. Getrieben von seinem Alter-Ego Marshall, zieht er nachts los, um rücksichtslos zu morden. Dabei hinterlässt er bis auf einen Fingerabdruck keine Spuren, die Polizei tappt im Dunkeln. Bis er von einem voyeuristischen Hobbyfotografen beobachtet und erpresst wird. Als sich auch noch die attraktive und leider sehr hartnäckige Polizistin Tracy Edward an seine Fersen heftet, droht sein Doppelleben aufzufliegen. Infinity Pictures veröffentlicht Mr. Brooks in vier verschiedenen Mediabook-Editionen. Vor uns liegen haben wir Mediabook-Cover-Variante A mit einem exklusiven Artwork von Ralf Krause, limitiert auf 333 Exemplare. Daneben haben wir Cover-Variante B, limitiert auf 222 Exemplare. Dann gibt es noch Cover-Variante C, limitiert auf 111 Exemplare. Diese drei Cover-Varianten sind aktuell schon verfügbar im BMV-Medienshop. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt auch noch Cover-Variante B für vartiert, limitiert auf 333 Exemplare. Da verschiebt sich die Veröffentlichung ein wenig wegen ein paar produktionstechnischen Fehlern, die man festgestellt hat. Und bevor man das Ganze ausgeliefert hat, hat man gesagt, wir lassen nochmal nachproduzieren, damit jeder Kunde ein einwandfreies Exemplar erhält. Natürlich gibt es den Film schon auf DVD und auch auf Blu-Ray für alle diejenigen, die sagen, Mensch, ich brauche nicht von jedem Film ein Mediabook. Auch die DVD und die Blu-Ray findet ihr im BMV-Medienshop. Und wer einfach nur mal einen Blick reinwerfen möchte, der kann sich das Ganze natürlich ausleihen. Erstmal bei Amazon Prime für 3,99 Euro. So, wir kümmern uns aber jetzt selbstverständlich erstmal um die Mediabooks. Die kommen mit einer Deck- und Limitierungskarte daher. Hier haben wir eben das Deckblatt zu Cover-Variante A. Ebenfalls mit diesem Krause-Motiv. Und auf der Rückseite habt ihr hier die Inhaltsangabe sowie die technischen Daten und auch die Limitierungsnummer mit am Start. Die Blu-Ray ist identisch mit der Veröffentlichung von Concorde. So viel einmal dazu. Und dann haben wir hier eben noch die Deckkarte zu Cover-Variante B. Auch das ein sehr schönes Motiv. Und auch hier auf der Rückseite eben Inhaltsangabe, technische Daten sowie Limitierungsnummer. Jo, ich packe mal hier Cover-Variante B weg. Wir widmen uns erstmal Cover-Variante A. Und nehme ich dieses Deckblatt weg, dann seht ihr hier ein richtig schönes Cover-Motiv. Mal wieder von Ralf Krause. Und ein absolut cleanes Artwork, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Und da ist es auch richtig cool, mal so die Entwicklung anzugucken von Infinity Pictures. Nehmen wir zum Beispiel mal 30 Days of Night hierher. Auch mit einem klasse Artwork. Komplett matt gehalten. Hier unten noch mit diesen Schriftzügen DVD und Blu-Ray drauf. Auch sehr schön. Dann ging es eine Stufe höher sozusagen. Hier zum Beispiel bei Shark Night. Hier hat man auch ein klasse Artwork. Aber hier begann man schon mit dieser Spotlack-Veredelung. Wie man das Ganze hier schön sehen kann. Ja, beim Schriftzug hatte man hier unten noch DVD und Blu-Ray und Limited Uncut Edition draufstehen. Und jetzt bei Mr. Brooks haben wir eben hier kein Blu-Ray-DVD-Logo mehr draufstehen. Keine Limited Edition mehr draufstehen. Ein klasse Artwork. Und auch hier ist das Ganze wieder mit einer Spotlack-Veredelung versehen. Gering, aber manchmal ist weniger mehr. Das finde ich auch richtig klasse. Wir haben hier die Knarre und die Taschenlampe veredelt. Und dann auch diesen Schriftzug hier, Mr. Brooks, hebt sich schön vom matten Hintergrund ab. Vielleicht hätte man hier noch die Knarre in der Plastiktüte veredeln können. Dann wäre das aber für meinen Geschmack too much gewesen. Ich finde es so eigentlich optimal und richtig gut gelungen. Und hier hat man dann ein richtiges, schönes Artwork, ein Kunstwerk ohne irgendwelche Schriftzüge. So muss das sein. So haben es sich die Fans auch gewünscht. Also klasse. Dann haben wir hier eben noch den Spine. Oben typisch ein kleines Bildchen mit drauf. Dann der Titel des Films. Schön leserlich. Und hier unten Infinity Pictures. Cover Variante A. Auch hier nichts mehr mit DVD, Blu-ray oder sonstiges. Also das weiß man als Sammler, wenn man hier auch schon 30 Euro ausgibt für so ein Produkt. Dann weiß man eigentlich in der Regel, worauf man sich einlässt. Auf der Rückseite haben wir hier ebenfalls ein kleines Artwork drauf. Auch das richtig cool. Hier unten ganz klein noch die Limitierungsnummer. Da wird sich ein bisschen was noch in Zukunft verändern. Auch da versucht man das Ganze natürlich zu optimieren, weil man jetzt hier beim Deckblatt zweimal die Limitierungsnummer drauf hat. Das ist eigentlich auch too much. Aber auch hier wird es dann noch ein Update geben. Und ihr seht es, man ist ständig daran interessiert, sich zu verbessern. Und so soll das doch dann auch eigentlich sein. Dann schlagen wir das Ganze einmal auf. So, dann haben wir hier ein schönes Artwork mit diesem Fingerabdruck vorne drauf auf dem Bucklet. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Die Disc ist auch schön gelabelt hier. Holen wir mal schön raus. Freigegeben ab 18 Jahren. In dem Film gibt es auch durchaus ein paar knackige Szenen. Wir haben Demi Moore hier auch mit am Start. William Hurt und Kevin Costner. Und darunter haben wir jetzt hier so einen kleinen Fingerabdruck. Da könnte man jetzt sagen, ein bisschen wenig. Ist aber natürlich eine Anspielung auf den Film, auf den Fingerprint Killer, der am Tatort ja immer einen Fingerabdruck hinterlässt. Es ist nicht ganz klar im Verlauf des Films, ob es seiner ist oder von jemand anderem. Das wird jetzt nicht aufgelöst. Und deswegen finde ich das mal ganz nett. Kann man mal machen, weil er auch hier im Film immer nur einen hinterlässt. Also man hat sich da durchaus was dabei gedacht. Anderen Leuten kann es natürlich zu wenig sein. Das ist natürlich auch klar. Dann gucken wir uns die Verarbeitung hier einmal an. Schön mit eingebunden. Finde ich auch sehr gut. Und obwohl es hier schwarz ist, haben wir keinerlei Risse auf der gegenüberliegenden Seite. Also das haben wir ja auch schon anders gesehen. Dann gucken wir uns mal das Booklet selbst an. Papiertechnisch alles gewohnt. Völlig in Ordnung. Und wir starten dann hier mit einem Text von Mike Blankenburg. Da geht es dann über den Film, Hintergrundinformationen, Filme, die sich mit einer ebenfalls gleichen Thematik beschäftigen. Hier muss ich sagen, ist aber den Drehbuchautoren richtig guter Kniff gelungen mit eben diesem Alter Ego von Marshall. Weil man sich ja oft gefragt hat, was geht im Kopf eines Menschen vor? Was läuft da schief? Weil welche Sicherungen brennen dadurch, dass man einen anderen Menschen tötet? Und hier eben dieser Kampf eben von Mr. Brooks gegen Marshall. Der wird hier deutlich aufgezeigt. Er versucht ja auch seine Mordlust zu unterdrücken, indem er zu Treffen von anonymen Alkoholikern geht. Man leidet direkt mit Kevin Costner hier mit. Der auch diese Verletzlichkeit richtig verkörpert, während Marshall hier, gespielt von William Hurt, immer so kaltherzig ist. Aber im Verlauf des Films tauschen sich auch mal ganz kurz die Rollen. Ja, wenn hier Marshall Trost spendet und dann Mr. Brooks einmal hier ins Lachen gerät über das Leiden seiner Opfer. Also ein sehr toller, abwechslungsreicher Film. Kann ich jedem nur empfehlen. Sehr spannend inszeniert und auch mit durchaus schwarzem Humor dabei. Demi Moore spielt auch hier klasse. Und eben der Kniff mit der gespaltenen Persönlichkeit, die man in Form von Marshall dann hier sieht. Wie die beiden sich unterhalten, auch gut gewählt. Der Name Marshall, das ist ja unter anderem mit einer der ranghöchsten Offiziere bei den Amerikanern, die so genannt werden. Außerdem werden auch Exekutivbeamte der Bundesgerichte genannt. Und dann weiß man auch schon, wer hier den Ton angibt, ja, den Marshall angibt sozusagen, der Marshall. Und wer dann auch letzten Endes für die Morde hier verantwortlich zu machen ist. Und dieser Kampf eben von Dr. Jekyll und Mr. Hyde kann man durchaus sagen, diese beiden Charaktere, der ist absolut großartig in Szene gesetzt. Dazu haben wir noch einen weiteren Typen, der hier den Mörder nacheifert. Also sehr spannend, richtig toller Film. Kann ich jedem nur empfehlen. Soviel einmal hier dann zum Film selbst und zum Booklet-Inhalt. Ihr habt es gesehen. Auf der Hinterseite haben wir dann hier auch noch die DVD. Ebenfalls schön gelabelt. Ein tolles Motiv hier hinten auch noch. Und dann nochmal eben diesen Fingerabdruck, der auf den Fingerprint-Mörder hinweist. Soviel einmal zu Cover-Variante A. Dann haben wir hier eben noch Cover-Variante B. Ich lege die mal nochmal nebenhin. Dann könnt ihr vielleicht für euch entscheiden, was euch hier besser gefällt. Auch Cover-Variante B ist hauptsächlich matt gehalten. Kommt aber mit einzelnen Spotlack-Veredelungen daher, wie hier oben das Bild hier. Ja, hält sich auch schön ab. Und dann haben wir hier eben nochmal diesen Schriftzug. auch noch mit einer Spotlack-Veredelung her. Ja, vom Motiv her richtig cool. Was mir aufgefallen ist, wenn man die Deckblatt-Karte hinlegt, die ist ein bisschen heller geraten. Ja, und wirkt jetzt nicht so ganz grobkörnig wie das Media Book selbst. Aber ich denke mal, das ist durchaus noch vertretbar. Ja, und dann schauen wir uns auch hier den Spine an. Und auch die Rückseite, richtig schönes, cleanes Motiv. Gefällt mir sehr gut, wenn man das Ganze hier dann vergleicht, so mit dem Deckblatt, wie das hinten aufliegt. Also, ich finde das schon eine richtig tolle, coole Lösung. Inhaltlich ist das Media Book ansonsten gleich. Ja, von der Disk-Labelung her, vom Booklet-Inhalt und auch sonst. Die unterscheiden sich dann hier eben vom Front-Motiv und vom Back-Motiv. In sich aber ein sehr stimmiges Media Book, wie man hier sieht. Also, von daher finde ich das schon, ja, durchaus gelungen. Also, meine lieben Filmfreunde, soviel einmal zur Media Book-Veröffentlichung von Infinity Pictures zu Mr. Brooks. Wie gefallen euch die Media Books? Wie gefällt euch der Film? Falls ihr ihn schon gesehen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Und falls ihr hier noch ein paar Wünsche, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es bitte ebenfalls gerne in die Kommentare rein. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus.